Herzlich Willkommen hier aus dem Schüllergarten in Dresden. Herzlich Willkommen zu 1953, dem Dresdner Fußballtalk. Ja, Dynamo Dresden elektrisiert, emotionalisiert und polarisiert. Über die SGD wird eigentlich täglich bei uns in der Stadt gesprochen. Es wird diskutiert, debattiert und natürlich auch gestritten. Und deshalb unser neues Format, unser neues Format 1953, jetzt immer einmal monatlich, am Montag, immer am Monatsende. Wir wollen sozusagen die Diskussionsgrundlage für Sie bilden, für Dynamo Dresden. Und sind hier mit 1953 angetreten, was ganz Neues zu schaffen. Heute unsere Premieren-Sendung, die steht ganz unter dem Thema Dynamo nach dem Trainerwechsel. Dynamo vor dem größten Spiel seit 20 Jahren. Ich freue mich sehr, dass meine Gäste hier heute mit dabei sind. Und die haben zu diesen Themen eine Menge zu sagen. Er hat bewegte Tage hinter sich. Vor einer Woche gab es die Trennung von Trainer Stefan Böger, der Sportgeschäftsführer, Reif Menge. Herzlich Willkommen bei uns. Er hat sowohl für Dynamo Dresden als auch Borussia Dortmund gespielt. Er ist mit der SGD in die 2. Bundesliga aufgestiegen, 2011. War ein Teil des großen Pokalwunders gegen Bayer Leverkusen. Und ist jetzt ein fester Bestandteil der U23 von Borussia Dortmund. Ich freue mich sehr. David Zolger, hallo. Ja und zu meiner Rechten, er ist seit knapp 20 Jahren ein treuer Begleiter der Sportgemeinschaft Dynamo. Ein kritischer Begleiter. Er begleitet auch die Fußball-Nationalmannschaft bei allen großen Turnieren. War unter anderem im vergangenen Sommer beim Weltmeistertitel in Brasilien mit dabei. Er schreibt für die Sächsische Zeitung. Hallo und herzlich Willkommen Sven Geisler. Ralf, vor einer Woche gab es die Trennung von Trainer Stefan Böger. Die Entscheidung wird und wurde bei den Fans doch kontrovers und hitzig diskutiert. Bei der Präsentation Ende Mai 2014 hast du gesagt, wir sind sehr zufrieden, dass sich Stefan Böger für uns entschieden hat. Letzte Woche nach der Trennung hast du gesagt, die Wahl von Stefan Böger, war eine Fehlentscheidung. Was ist da in den letzten neun Monaten schiefgelaufen? Ja, erstmal sind das grundsätzliche Entscheidungen, die einem natürlich schwerfallen. Da auch menschliche Aspekte mit rein spielen. Überhaupt keine Frage. Um das Ganze vielleicht mal chronologisch zu ordnen, war es so, dass wir uns nach dem Abstieg, wo auch ein ziemlich großer Zeitdruck da war, nicht eine Konzeption ausgedacht haben, sondern ganz einfach auch über die Wochen davor schon eine Konzeption entwickelt haben, wie wir hier arbeiten wollen, was wir für Bedingungen hier vorfinden und wie wir miteinander umgehen wollen. Und das war eigentlich auch die Basis der Vertragsgespräche. Darauf haben wir uns dann letztendlich geeinigt. Ich musste für meinen Teil dann ganz leider feststellen, dass wir uns in Teilbereichen immer mehr davon verabschiedet haben, dass auch eine Menge an Versuchen, gerade im Herbst da waren, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir hatten nicht von mir alleine, sondern auch mit dem Dixi Dörner zusammen, mit dem Hansi Greiche, mit Teilen des Aufsichtsrates. Wir haben dann gesagt, okay, zur Winterpause, wir krempeln die Ärmel nochmal hoch, tun uns zusammen. Mit dem Ergebnis, dass wir ganz einfach konstatieren mussten, dass Sachen so nicht gegriffen haben, wie wir sie uns vorgenommen haben. Und ich habe auch vollstes Verständnis für die Reaktion in der Öffentlichkeit oder bei den Fans. Das ist überhaupt keine Frage. Der Stefan Böger hat eine sehr gute Außendarstellung gehabt, der hat den Verein sehr gut repräsentiert. Ich für meinen Teil bin natürlich dazu da, das Innenleben abzugleichen. Das ist in jeder anderen Firma genauso, wo man sagt, man hat einen Plan und muss dann dagegen leben. Wie sieht es in der Realität aus? Und da muss man ganz einfach feststellen und konstatieren, dass wir uns von dem Weg deutlich verabschiedet haben. Und sich das leider Gottes auch in den Ergebnissen und in den Entwicklungen einzelner Spieler wieder gespiegelt hat. Sven, warst du überrascht über die Entscheidung am letzten Montagabend? Nicht wirklich. Also es hatte sich ja, die Spannungen hatten sich ja schon abgezeichnet, die es intern gab. Und wenn man ein bisschen näher dran ist an der Mannschaft, eben auch die Präsentation, die der Ralf Minge kurz nach dem Abstieg gemacht hat, im Ohr hatte. Was er alles wollte, was die Vorgaben waren. Dann hat man schon genau das gespürt, was der Ralf auch gerade gesagt hat, dass sich der Verein nicht mehr auf diesem Weg befindet. Dass vor allen Dingen der Trainer den Weg nicht konsequent weitergegangen ist. Ich sage mal Stichworte wie Zusammenarbeit-Fitness-Trainer, Zusammenarbeit-Psychologe. Es war immer in der Vergangenheit ein Manko bei Dynamo, dass im Prinzip der Trainer das Konzept vorgegeben hat. Dementsprechend stand der Verein jedes Mal vor einem Scherbenhaufen und vor einem absoluten Neuanfang und vor einer Mannschaft, mit der niemand was anfangen konnte, wenn der Trainer sich verbraucht hatte. Wie auch immer, wenn die Ergebnisse nicht gekommen sind. Jetzt ist es endlich andersrum gewesen. Das, was man eigentlich verlangen muss von einem Profiverein, nämlich dass der Verein die Konzeption vorgibt und die hat der Trainer umzusetzen. Wenn er sich von dem Weg entfernt, dann ist die Konsequenz irgendwann, dass er gehen muss. Aber was kann man oder was muss man Stefan Böger jetzt konkret vorwerfen? Es wird viel über die mangelnde Kondition der Mannschaft besprochen. Das lässt sich ja auch an Statistiken darlegen. Wenn man die Tabelle von Dynamo in der ersten Halbzeit nehmen würde, wären sie Sechster mit 36 Punkten, in der zweiten Halbzeit 13. mit 28 Punkten. Kondition auf der einen Seite, mangelnde Teamfähigkeit von Böger auf der anderen Seite. Auf welche Punkte lässt sich das denn konkretisieren? Also ich würde mal sagen, dass das verschiedene Punkte auf jeden Fall sind. Ich würde gar nicht so auf dem Thema Konditionen jetzt umreiten wollen. Das ist sicherlich ein Punkt, aber vielleicht am Ende auch nicht der Entscheidende. Der Entscheidende ist für mich, und das habe ich eben, deswegen sage ich Konzept, der Entscheidende ist für mich, wenn man einen Weg gemeinsam einschlägt, muss man den auch gemeinsam konsequent durchziehen. Und dann kann man hinterfragen, was an dem Konzept war, möglicherweise nicht richtig. Die Chance, das ist vielleicht der Fehler, wenn man das so sagen kann, von Stefan Böger, die Chance hat er sich selbst genommen. Nämlich hinterher zu sagen, Mensch Ralf, vielleicht war das mit dem Fitnesscoach doch nicht so eine gute Idee, weil wir doch in der 90. Minute, 93. Minute die Gegentreffer kriegen. Vielleicht war das mit dem Psychologen, der erreicht die Mannschaft nicht, vielleicht braucht man da einen anderen, oder ist das gar kein Thema. Die Chance hatte er nicht, weil er eben diesen Weg nicht konsequent gegangen ist. Das sind jetzt nur zwei Aspekte, aber das kommt alles dann bei dem Thema Teamfähigkeit, was du schon richtigerweise angesprochen hast, kommt das dann da oben drauf. David, du schaust von außen auf Dynamo. Du bist ja seit 2013 jetzt wieder bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Aber natürlich schaust du ganz besonders auf Dynamo, auf deinen Ex-Vereinen. Wie hast denn du die Geschehnisse in der letzten Woche hier wahrgenommen? Ja gut, erstmal habe ich jetzt natürlich schon ein Stück Entfernung in Dortmund und kriege da nicht so viel mit. Ich glaube, ich war in der Kabine, als ich dann von der Trainerentlassung von Stefan Böger gehört habe. Nun gut, jetzt haben die schon einiges gesagt. Wie gesagt, in der Entfernung ist es schwer, alles mitzukriegen. Ich erinnere mich an unser Spiel gegen Dynamo, wo wir dann in der Nachspielzeit den Ausgleich gemacht haben. Persönlich das Gefühl hatte ich, dass es da jetzt nicht an der Kondition lag, sondern eher ein bisschen mental. Aber der Herr Mingewitsch ein bisschen, was er da getan hat. Habt ihr in Dortmund in der U23 einen Konditionstrainer? Wir haben Athletiktrainer, auch die Profis haben Athletiktrainer, U19 haben Athletiktrainer, mit denen wir da arbeiten. Aber im Prinzip machen wir alle die gleichen Einheiten wie die Profis, auch die Laufeinheiten. Und das zieht sich dann von oben bis unten runter. Ich weiß, über den Konditionstrainer wurde ja viel geredet, über Marcel Messerius, auch über die Trennung im vergangenen Oktober. Ist das auch so ein wesentlicher Punkt gewesen, der dich im September, Oktober, im Herbst, du hast es ja letzte Woche bei der Pressekonferenz schon gesagt, zum Nachdenken gebracht hat? Ja, ich glaube, irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt nicht nachkarten sollten und neben Stefan Böger hier alles Mögliche in die Schuhe schieben sollten. Auch ich habe mich hinterfragt, ich habe auch kritische Worte an die Mannschaft gerichtet. Es war eine Vielzahl von Aspekten, die zusammengekommen sind. Und insofern möchte ich nochmal betonen, es war keine Ad-hoc-Entscheidung, es war kein Alleingang, wenngleich ich natürlich diese Entscheidung nach außen vertreten muss und die Verantwortung dafür übernehmen muss. Ich habe dabei den Verein im Blick, da geht es nicht um Namen, um Menge, Böger oder sonst wem, sondern dass wir hier in Dresden was aufbauen wollen, wo eine Handschrift da ist, wo ein Wiedererkennungswert da ist. Da gibt es sicherlich Cheftrainer-abhängige Bereiche, ganz unbenommen, aber es gibt eben auch Cheftrainer-unabhängige Bereiche, die eine Konstante über Jahre hinweg bilden sollen. Und insofern ist es glaube ich, wäre es nicht korrekt, jetzt in irgendeiner Form nachzukorten, sondern wir sollten das dabei belassen und das Thema ganz einfach so hinnehmen. Ganz klar, trotzdem will ich nochmal nachfragen, wie oft hast du Stefan Böger die gelbe Karte gezeigt und gab es dann nochmal den ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich es tun? Also das ist, wie das auch in der Firma üblich ist, gibt es alle zwei, drei Wochen Feedback-Gespräche, die haben am Anfang unter vier Augen stattgefunden. Immer mit dem Einstieg, Stefan, ich habe dich geholt, ich möchte, dass wir hier gemeinsam Erfolg haben. Als ich dann gemerkt habe, dass ich ein kleines bisschen auf der Stelle trete, habe ich meinen Geschäftsführerkollegen mit dazu genommen, dem Robert Schäfer, dem Ganzen ein kleines bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Wie gesagt, ich habe auch den Dixi Dörner als Mitglied des Aufsichtsrates und Dresdner Fußball-Ikone in Hansi Kreische dazugenommen. Also ich habe wirklich alle Anstrengungen unternommen, um das Kurs, das Schiff vielleicht noch auf Kurs zu bringen. Und ja, dann reift halt irgendwann der Prozess rechts oder links rum. So schwer, wie das einem fällt und so viel schlaflose Nächte, wie damit einhergehen, trage ich in dem Moment jetzt hier für den Verein die Verantwortung. Und der muss sich auch gerecht werden. Und das habe ich getan. Jetzt ist Peter Nemeth da seit einer Woche, seit knapp einer Woche. Hat erst mal einen Vertrag bis zum Sommer. Was erwartest du dir von ihm? Ja, das war ja, also ist ja auch so ein Indiz, also wir haben jetzt, was auch immer in der Öffentlichkeit kursierte, dass da ellenlange Trainerlisten da sind mit Kandidaten, die schon gesprochen wurden und hinterfragt wurden etc. Das war bei Weitem nicht der Fall. Sondern wir mussten ganz einfach nach einer Lösung suchen, wo wir überzeugt davon sind. Peter war im letzten Jahr Co-Trainer unter Olaf Janssen. Wir wussten genau, wie er tickt, wie er arbeitet. Das ist jetzt eben nicht der Zeitpunkt für große Worte, blumige Worte nach außen ist, sondern ganz einfach die Arbeit im Vordergrund stehen muss. Da hat man ein total gutes Gefühl. Er kannte den Verein, er kannte das Funktionsteam. Und die Bereitschaft von ihm war da und das sehr überzeugend. Und insofern war das glücklicherweise eine Entscheidung, die wir schnell fällen konnten. Sven, was glaubst du, ist Peter Nemeth jetzt erst mal bis zum Sommer nur Steigbügelhalter und dann im Sommer schaut man weiter? Ich war überrascht über den Namen Peter Nemeth. Allerdings denke ich, dass da eine gewisse Logik dahinter steckt. Weil es jetzt tatsächlich darum geht, so schnell wie möglich Effekte zu erzielen. Und da braucht es jemanden, der das Umfeld kennt, der sich nicht erst einarbeiten muss. Er kennt acht Spieler. Das ist aber, sage ich mal, nur ein Nebeneffekt. Weil ich glaube, jeder Trainer, der in dem Geschäft ist, kennt sich auch auf dem Spielermarkt aus und weiß, wen er da am Ende hat in seiner Mannschaft. Steigbügelhalter würde ich jetzt überhaupt nicht so sehen. Hoffe ich jedenfalls, dass es nicht so ist und traue ich auch Ralf Minge nicht zu. Sondern ich sehe eher, dass Peter Nemeth eine faire Chance hat. Er wurde nicht als Interimstrainer vorgestellt. Das finde ich schon mal von der Ansage her wichtig. Er hat nur einen Vertrag bis Saisonende. Das stimmt, aber das ist auch wiederum vernünftig. Und auch da sehe ich eher positive Entwicklungen im Vergleich zur Vergangenheit, wo es wahrscheinlich den zweieinhalb Jahresvertrag gegeben hätte. Und nach einem Jahr die nächste Entlassung gekommen wäre und dann irgendwann mal drei Trainer auf der Gehaltsliste stehen. Auch das hat man in Dresden schon ein völlig vernünftiger Weg. Und ich ziehe den Hut vor Peter Nemeth, dass er bereit ist, diesen Weg so mitzugehen, dass er das als Chance auch für sich begreift. Und das zeigt eigentlich, dass er ein Trainer mit Herz ist, der hier einfach jetzt was bewegen will. Und deswegen hat er eine faire Chance auch verdient. David, du als Spieler, wie nimmt man das wahr? Leitet vielleicht auch ein bisschen die Autorität des Trainers, wenn man weiß, er ist möglicherweise nur bis zum Sommer da? Oder nimmt man das als Spieler gar nicht so sehr wahr? Wird da von den Medien immer zu viel reininterpretiert? Vor allem hier bei den Dresdner Medien. Ich glaube, prinzipiell ist ein Trainerwechsel, setzt immer neue Reize in der Mannschaft. Und ob der Vertrag jetzt bis zum Saisonende geht oder zwei Jahre, das interessiert dann den Spieler nicht. Er möchte spielen, er möchte erfolgreich sein. Und das passiert, damit ein neuer Trainer kommt. Ralf, wir wollen das Maximale rausholen, waren deine Worte. Es fragt sich natürlich, ja, maximal klingt schön. Was ist das Maximale? Von den Aufstiegsplätzen hat sich die Mannschaft extrem entfernt. Was geht noch? Vielleicht Platz vier und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal? Also wir müssen das, glaube ich, an der Leistung festmachen. An der Leistung der Mannschaft und der einzelnen Spieler, was überhaupt noch möglich ist. Ich habe auch in der Pressekonferenz gesagt, dass ich letzten Sonntag das Spiel Bielefeld gegen Duisburg gesehen habe. Zwei ambitioniere Vereine. Und habe auch in aller Deutlichkeit gesagt, dass wir im Moment Lichtjahre davon entfernt sind, mit diesen zwei Mannschaften in den Ring zu treten. Dort müssen wir so schnell wie möglich wieder hinkommen, weil wir es im Frühherbst schon mal nachgewiesen haben, dass wir in dieser Liga boxen können. Und Fakt ist auch eins, wenn wir jetzt vom 30.06. Vertrag sprechen, etc. Sicherlich das Thema Vernunft ist dort ganz wichtig. Aber die Reflexion der Spieler. Wir sind ja an den Start gegangen mit einer sehr jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft. Und jetzt unterstelle ich ganz einfach mal, dass es gerade bei den jungen Spielern auch einen Eigenantrieb, ein hohes Maß an Selbstverantwortung geben muss, die natürlich begleitet werden muss, die geführt werden muss, für sich den nächsten Schritt zu gehen. Und das war auch so ein Punkt, wo wir uns auf persönliche Entwicklungspläne einzelner Spieler geeinigt haben. In Sachen individueller Förderung in den einzelnen Teilbereichen Technik, Taktik, Konditionen, Persönlichkeit. Wo ich aus meiner Sicht rückblickend jetzt ganz einfach sagen muss, dass wir dort nicht das Maximale rausgeholt haben. Insofern ist das vielleicht ein bisschen eine schwammige Zielsetzung für die Restsaison, das Maximale rausholen. Aber dort gucken wir ein kleines bisschen in die Glaskugel, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie schnell wir die Defizite a. aufarbeiten können. Und b. natürlich, wie diese junge Mannschaft mit einer ungewohnten Situation, wie sie jetzt zum Beispiel auch im letzten Heimspieler umgeht. Das war ja letztendlich, wenn man von Besorgen betrachtet, war es ja wie eine Einbahnstraße. Das Projekt ist angenommen worden, die Jungs wurden gefeiert, die haben teilweise vor 300, 400 Zuschauern gespielt das Jahr davor. Über die Hälfte ist er aus der Regionalliga gekommen. Jetzt stehen die hier auf dem Platz mit 25, 28, 30.000 Zuschauern. Nach fünf Spielen werden die ersten schon Fußballgott genannt. Die Entwicklung für die Jungs ist rasend schnell gegangen. Eigentlich zu schnell. Insofern haben wir jetzt eine Situation, wo wir auch mit Kritik leben müssen. Auch total berechtigt. Und das ist jetzt ganz einfach die Frage, kann man das auch als kleine Krise bezeichnen, wie man will. Aber Fakt ist eins, ich sage, das muss vielleicht nicht mal schlecht sein, wenn man jetzt die kommende Saison im Auge hat. Naja, es ist aber sicherlich schon die kleine Schwester an der Krise, wenn man jetzt viermal in Folge verloren hat. Sven, was denkst du, was ist noch drin für die Mannschaft mit Blick auf den Sommer? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Wenn sich die Mannschaft schnell findet und aus dieser Spirale rauskommt, sage ich mal, ist nach wie vor ein sehr guter Platz drin. Und da rede ich bewusst nicht von denen, die wir uns alle wünschen würden. Aber du hast es schon angesprochen, also intern sollte es schon ein Ziel sein für die Jungs, diesen vierten Platz zu holen. Sie haben das vergeigt in Neugersdorf, die Qualifikation für nächstes Jahr DFB-Pokal. Sie haben in dieser Saison gesehen, dass DFB-Pokal richtig Spaß machen kann. Also, bitteschön, meine Herren Profis am Riemen reißen und versuchen, das Ding zu holen. Und das ist völlig unabhängig von der Trainerfrage. Dass das trotzdem schwer wird, ist gar keine Frage. Und wenn man sich am Ende anguckt und ist mit zwei Punkten Rückstand Fünfter geworden und sagt, aber ja, wir haben wirklich alles rausgehauen, was geht, dann ist das auch in Ordnung für diese Saison. Wir binden auch Sie mit ein in unsere Sendung. Und wie geht das? Natürlich über die sozialen Netzwerke, über Facebook oder Twitter. Und mein Kollege Andreas Zabo hat jetzt ein paar Fragen rausgegriffen, die uns gestellt worden sind. Andreas? Ja, die Trainerdiskussion, die hat natürlich auch die Fans in den sozialen Netzwerken, insbesondere bei Facebook, sehr heftig interessiert. Also es ist sehr heftig diskutiert worden. Deswegen die Frage von Alfons an Herrn Mingel. Der Vertrag nur bis zur Saisonende mit Herrn Nemeth. Welche Gründe hat das? Und hat man da schon einen Nachfolger quasi in der Pipeline? Also, das habe ich glaube ich vorhin angedeutet, dass wir hier keine interne Trainerliste haben, die wir nach Prioritäten abarbeiten. Richtig ist sicherlich, und das ist aber nicht atypisch für den Profifußball, dass man auch den Trainerwagd observiert, genauso wie man sich potenzielle Stürmer anschaut, wie auch immer. Wir haben vollstes Vertrauen in den Peter Nemeth. Er ist das Risiko gegangen, hat gesagt, ich packe an. Er war top vorbereitet, muss man ganz klar sagen, bei dem Gespräch. Und wir alle hoffen natürlich, dass es auch so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Anschließend an die Trainerfrage kam von Jens Leopold bei Facebook die Frage, wird es jetzt nach dem Trainerwechsel auch wieder einen Fitnesstrainer und einen Mentalcoach geben für die Mannschaft? Also das war ja ein Bestandteil unserer Konzeption, nicht Fitness- und Coach und Sportpsychologe, sondern es waren ja noch mehrere Bereiche. Das war ja eigentlich der Aspekt, wo wir uns immer weiter verabschiedet haben. Davor gibt es eine ganz klare Struktur, auch wie die Verzahnung im Verein in den sportlichen Bereichen ist, sportliches Beratungsgremium, wie wir mit unseren talentiertesten Spielern aus dem Nachwuchs umgehen, wie wir sie fördern. Dort greift ja ein Rädchen ins andere. Und mein Ziel ist es ganz einfach, dass wir uns im Sommer wieder so aufstellen, wie wir das auch letztes Jahr geplant haben, dass wir interdisziplinär arbeiten können, dass die individuelle Entwicklung im Vordergrund steht. Und dafür werde ich alles tun, dass wir im Sommer dann wieder so aufgestellt sind. Jetzt müssen wir zwangsläufig ein paar Kompromisse geben. 1953, der Dresdner Fußballtalk. Danke dir, Andi. Du hast den Sommer schon so ein bisschen angerissen. Lass uns mal auch schon ein bisschen drüber wegschauen. Du hast viele Aufgaben für den Sommer. 15 Spieler stehen unter Vertrag, sind aber auch ein paar Spieler dabei, die aktuell dann kein Vertragsverhältnis über den Sommer hinaus haben. Viel Arbeit. Ja, aber wenn man jetzt mal das letzte Jahr daneben legt, da sind wir schon sehr privilegiert aufgestellt. Das war ja damals das Super-GAU. Dann, man weiß, auch noch mit den Abgängen von Robert Koch und Thorsten Schulz. Insofern haben wir erst mal eine solide Basis. Wir werden jetzt natürlich noch mal gründlich analysieren, welche Schwerpunkte wir in Bezug auf die neue Saison setzen. Maßgebend wird natürlich auch sein, wie die Lizenzierung für die einzelnen Ligen läuft, welches Budget wir zur Verfügung haben. Und versuchen dann, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Vor allen Dingen dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber da haben wir dieses Jahr schon ein kleines bisschen mehr Zeit als im letzten Sommer. Lizenzierung bedeutet Zweite und Dritte Liga parallel. Ja, und de facto Regionalliga. Das wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand nehmen. Ja, das wollen wir jetzt hier nicht tun. Wer steht denn in der kommenden Saison im Tor bei Dynamo? Also es wird jemand im Tor stehen. Die Gespräche laufen. Davon gehe ich fest aus. Die Gespräche laufen. Aber es ist, glaube ich, nicht der Zeitpunkt, um irgendwie Wasserstandsmeldungen abzugeben. Wenn wir Vollzug haben, werden wir das auch entsprechend kommunizieren. Der Vertrag, wenn ich das richtig gedeutet habe, von Marvin Stefaniak, hat sich automatisch verlängert. Es gibt aber ja noch den ein oder anderen Youngster bei Dynamo. Stichwort Tobias Müller. Stichwort Dominik Baumann. Wie sind da die Vertragssituationen? Ja, da sind wir im Gespräch. Gerade Baum hier tut mir eigentlich ein bisschen leid, weil das war letztes Jahr, als ich gekommen bin, einer der Ersten, mit denen ich das Gespräch gesucht habe, weil er ja auch irgendwo unseren Weg verkörpert. Viele Jahre bei Dynamo Dresden im Nachwuchs ausgebildet. Ein Spieler mit einer hohen Identifikation, mit der Qualität, die wir brauchen. Er möchte ganz einfach sehen, wie seine Spielzeiten sind, was auch legitim ist für einen jungen Spieler. Und ich hoffe, dass er in den nächsten Wochen die Spielzeiten bekommt, die er sich wünscht, damit wir dann schnell Vollzug melden. Tobi Müller ist in deines bisschen anders gelagert. Aber so könnte man jeden nebeneinander legen. Dort werden wir, sobald die Lizensierung durch ist und wir wissen, was wir zur Verfügung haben, werden wir die Gespräche weiterführen. Und wir werden auch unseren Weg, den wir eingeschlagen haben, nicht verlassen. Sven, was meinst du, welche Hausaufgaben muss der Verein mit Blick, wann schon auf die nächste Saison, du hast ja vorhin schon gesagt, die jetzige Saison, da sollte man, weiß Gott, nicht abhaken, aber man guckt natürlich auch schon immer voraus. Und im nächsten Jahr soll ja dann vielleicht doch dann mehr drin sein. Was für Hausaufgaben muss der Verein dringendst lösen? Also Hausaufgaben hat der Verein, glaube ich, in dem letzten Jahr einige gemacht. Ich denke, dass der Ralf den wichtigsten Punkt angesprochen hat. Das ist die Lizensierung. Also was kann sich der Verein leisten? Er darf nicht, aus meiner Sicht, nicht in die alten Muster zurückfallen und sich den Erfolg, den Aufstieg, wie auch immer, kaufen wollen. Das ist oft genug schiefgegangen, sondern den Weg weitergehen, junge, entwicklungsfähige, hungrige Spieler herzuholen, die möglicherweise woanders einfach ins Stocken geraten sind in ihrer Entwicklung, den halte ich für vernünftig für Dynamo angesichts der wirtschaftlichen Situation. Und auch mit dem Weg kann man, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig und dann hoffentlich nachhaltiger als bisher, Erfolg haben. Deswegen Hausaufgaben, das ist die Hausaufgabe Nummer eins, ist die Lizenz, den Etat so aufzustellen, dass die Mannschaft nicht weiter sparen muss, also dass dort ausreichend Geld da ist, dass es konkurrenzfähig ist. Da muss man sagen, ist mit dem Beschluss zu den Stadionverträgen, dass die Stadt eben den Zuschuss dauerhaft oder zumindest bis 2019 deutlich erhöht, schon eine Grundlage gelegt, eine wichtige. Das meinte ich mit einigen Hausaufgaben, hat der Verein schon gemacht. Es ist nicht so, in Anführungsstrichen, chaotisch, wie es manchmal nach außen scheinen mag, wenn man halt nach drei Niederlagen trainieren lässt. David, wir haben es ja immer mal wieder gesagt, du kannst das von außen beurteilen, warst auch ein Teil der Aufstiegsmannschaft 2011. Wie siehst du die Perspektiven für Dynamo, wenn nicht diese Saison, dann nächste Saison? Ja gut, wie gesagt, ich bin im Moment sehr weit weg. Aber du kannst natürlich die dritte Liga ja auch einordnen. Ich glaube, in der dritten Liga kann man wirklich, und das ist jetzt keine Phrase, sondern kann jeder jeden schlagen, weil einfach die Qualität dann nicht so hoch ist und es einfach auf die Tagesform abhängig ist. Und ich kann eigentlich nur jedem Dynamo-Spieler empfehlen, alles dafür zu geben, um mal mit Dynamo aufzusteigen, weil es ein sensationelles Erlebnis ist, ob man dann am Flughafen abgeholt wird oder mit 30.000 Fans feiern kann. Ich glaube, auf die Dauer gehört Dynamo in die zweite Liga, allein schon vom Umfeld her, vom Stadion. Und ich drücke Dynamo die Daumen und hoffe, dass sie es dann wieder schaffen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich müssen wir darauf nicht so sehr lange warten. Du hast die ganze Emotion schon angesprochen. Und wenn wir über Emotionen reden, dann reden wir über ein Spiel, was vor uns liegt. In acht Tagen ist es soweit. Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund. Vielleicht das größte Spiel seit 10, 15 Jahren. Ralf, die Ticket-Nachfrage sprengt das bislang Dagewesene. Das sind ja fast Europapokaldimensionen. Tja, das ist, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist natürlich toll für uns, sowohl emotional, sportlich als auch wirtschaftlich. Und insofern tut es mir auf der einen Seite leid, weil viele, die das Spiel unbedingt sehen wollten, keine Karte bekommen haben. Auf der anderen Seite haben wir ja das Glück, dass es ein Live-Spiel ist. Das war ja auch im Sommer gegen Schalke so. Das war ja ein unglaublich wichtiges Spiel für uns, wo wir die Chance hatten, unheimliche Werbung auch für unser Projekt zu machen und das auch getan haben. Insofern freuen wir uns alle. Wie viele Tickets hätte man roundabout verkaufen können? Das ist hypothetisch, aber sechsstellig? Die 30.000, die hätte ich in meinem Freundes- und Bekannten gerade schon weggekriegt. Du hast neue Freunde kennengelernt, sicherlich in dem Verband. Ja, da haben sich welche gemeldet. Die habe ich seit meiner Abiturzeit nicht mehr gehört. Und wie gut war, wie oft die mich damals abschreiben lassen haben. Und jetzt müsste ich mich eigentlich revanchieren mit Karten. Nein, das ist toll. Ganz einfach. Sven, ist das Spiel Fluch und Segen zugleich für den Verein? Nein, auf der einen Seite natürlich Segen, weil darüber so sehr geredet wird, weil es die Stadt, den ganzen Verein emotionalisiert. Aber Fluch vielleicht auch, weil eben schon seit Ende Oktober, seit der Auslosung über das Spiel so sehr geredet wird, weil es vielleicht auch im Hinterkopf der Spieler immer wieder ein Thema gewesen ist. Also aus meiner Sicht kann das nur ein Segen sein. Also Fluch, ja, es gab sicherlich schon Situationen, wo eine Mannschaft, die im Pokal berauschende Spiele geliefert hat, dann in der Liga nachgelassen hat. Und man könnte auch nach Schalke, Erfurt und so weiter, könnte man auch so interpretieren. Aber ich denke nicht, dass das die Spieler lähmt, wenn sie sich auf so einen Höhepunkt freuen können. Ganz im Gegenteil, das sollte Motivation sein. Natürlich, gerade in den beiden Spielen, Regensburg, Groß-Astbach, gesetzt dem Fall, Dynamo wäre super ins neue Jahr gestartet, wäre dran an den Aufstiegsplätzen nach wie vor. Dann verleitet das natürlich vielleicht bei den Gegnern, die genau da um dieses Spiel drumherum sind, zu sagen, na gut, konzentrieren wir uns auf Dortmund. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation werden die Spieler versuchen, alle drei Spiele zu gewinnen und da auch den Fokus drauf legen. Na schauen wir mal, hoffentlich. David, der Scout vom BVB war am Samstag in Dresden, saß auf der Tribüne. Also ich sage mal, beängstigen das wird der Jürgen Klopp nicht berichtet haben. Ja, gut, darüber urteile ja jetzt nicht ich. Ich denke, es war auch schon vorher ein Scout in Dresden. Borussia Dortmund ist immer sehr gut vorbereitet, hat eine große Analyseabteilung. Und die werden sicherlich nicht nur das Spiel am Samstag gesehen haben. Hat man dich mal gefragt, als ehemaliger Dresdner, wie du das Ganze hier bewertest? Mein Trainer hat das natürlich schon gemacht. Wie gesagt, mit Jürgen Klopp habe ich da nicht so viel zu tun. Ich werde ihm gerne einen Radeberger empfehlen, wenn er mich dann mal nach einem Tipp in Dresden fragt. Aber ansonsten wird er schon selbst sehr gut vorbereitet sein mit seinem Team. Aber du kennst natürlich den ganzen Verein, du kennst das Ganze drumherum. Wie wird das in Dortmund wahrgenommen? Wie wird Dresden, wie wird Dynamo wahrgenommen? Ja, in Dortmund kann man sich ja auch noch an unser Pokalspiel erinnern. Was dann vor zwei Jahren? 2000 Jahre in Dortmund war. Nach dem Sieg gegen Borussia. Und soweit ich weiß, ist ja auch der Gästeblock relativ schnell ausverkauft gewesen. Auch die Fans von Borussia und der Verein freuen sich dann auf so ein Traditionsduell. Natürlich spielt die Mannschaft morgen im Pokal Champions League gegen Turin. Dann am Samstag im Derby gegen Schalke. Dann Dresden ist natürlich eine schöne Woche. Und gut, sie werden sich genauso aufs Spiel freuen. Ganz klar. Liegt der Druck aber jetzt natürlich auf dem BVB? Weil es ist ja möglicherweise mit dem Pokal die letzte Chance, sich doch noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Auch wenn der ein oder andere nach den letzten drei Siegen in der Bundesliga meint, na vielleicht greifen sie auch nochmal die Europa League-Klets an. Ja gut, schon durch die drei Siege jetzt ist natürlich die Stimmung in Dortmund wieder besser. Der Druck klar liegt da beim BVB. Sie sind der ersten Ligistin, Champions League-Teilnehmer. Dynamo spielt in der dritten Liga. Ich glaube, sie werden das Spiel sehr ernst nehmen, wie sie es davor mit allen Drittligisten gemacht haben, wo sie gegen diesen im Pokal gespielt haben. Und ja, der Druck. Klar, die Jungs wissen, um was es geht. Wir haben letzte Woche jetzt nicht im Hinblick auf das Pokalspiel, sondern ein Testspiel gemacht gegen die Profis, wo wir dann mit der dritten Ligermannschaft gegen die Profis gespielt haben, wo dann auch alle mitgespielt haben. Sie haben sehr, sehr spritzig gewirkt und diese Siege taten ihnen gut. Deshalb glaube ich, werden sie gut vorbereitet sein. Der Verein oder die Mannschaft hat sich wieder gefangen, scheint aber immer noch anfällig zu sein in der Defensive. Da fängt man sich speziell nach Standards immer wieder gegen Tore. Ist das eine Möglichkeit für Dynamo? Gerade im Pokalspiel kommt man ja aus dem Spiel heraus vielleicht nicht zu so sehr vielen Chancen, über Standards da was zu regeln? Die Chance ist im Fußball immer da und vor allem bei Standards. Viele Spiele werden durch Standards entschieden. Mal sehen, ich bin jetzt nicht nur Jürgen Klopp, der da genau auf die Standards eingeht. Ich kenne auch die Statistik jetzt nicht so genau. Im Pokal ist immer alles möglich. Und wenn es dann durch Standardsituationen ist, dann so. Also es ist ein riesengroßes Spiel für die Dynamos. Wir hatten ja vorhin auch mal drüber geredet, manche Spieler aus der Mannschaft haben in der letzten Saison vor 300, 400 Zuschauern gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass die Anspannung und die Nervosität riesengroß sind. Wie war das eigentlich früher bei dir? Europacup-Spiele gegen Rom oder Stuttgart? Warst du da auch aufgeregt und nervös? Oder hast du gesagt, naja, dann heute halt Aas Rom? Nein, nein, das waren schon Festtage. Überhaupt keine Frage. Wir haben oben am Höller die Nacht zugebracht. Und dann ging das schon los, wenn man Richtung Dresden reingefahren ist. Die Giraffen standen, das Licht ist angegangen. Und in der Regel war es so, wenn wir 75, 80 Minuten vor dem Spiel auf dem Platz waren, da war ja das Statue de facto schon total gefüllt. Also das sind Erinnerungen, die werden für ewig bleiben. Und da war man schon besonders aufgeregt. Keine Frage. Groß motivieren muss man die Truppe am Dienstag? Sicherlich nicht. Also ich glaube, da braucht keiner irgendwelche einpeitschenden Worte zu finden. Was erwartest du von deiner Mannschaft? Ja, dass sie das eigene Limit erreichen. Wie gesagt, das ist im Fußball so. Man kann Leistung planen, aber man kann keine Ergebnisse planen. Das ist ganz einfach so, wenn man gegen den Gegner mit dieser Qualität spielt, da muss man sich auch realistisch einschätzen. Aber die Jungs sollen alles raushauen. Wenn alle glücklichen Umstände zusammenkommen, hat man auch in so einem einzelnen Spiel sicherlich eine kleine Chance. Ich halte es mit Che Guevara. Da hat man gesagt, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. David, die Konditionswerte, wir haben viel über die Kondition von Dynamo gesprochen. Die sind aktuell nicht die besten. Dortmund gilt als eine der laufstärksten Mannschaften der Bundesliga. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Oder ist in einem Spiel, wie Ralf schon gesagt hat, alles möglich? Ja, wie gesagt, in einem Spiel ist alles möglich. Da wird es, glaube ich, dann auch nicht so sehr auf die Kondition ankommen. Klar, wir sind laufstärksten. Ich habe gerade gesagt, wir machen in allen Abteilungen eigentlich das gleiche Fitnessprogramm. Wir haben es dann in der 93. geschafft gegen Dynamo. Ich denke, die Profis werden da nicht darauf hoffen, dass es so lange dauert. Du weißt aber, wie Pokalwunder gehen. Ich erinnere mich, 2011 0 zu 3 zurückgelegen gegen Bayer Leverkusen. Und dann, das ist Geschichte, dann gab es das große Wunder. 4 zu 3 nach Verlängerung. Jeder erinnert sich immer noch an das wunderbare Tor von Schnetzlar. Was braucht es denn, um so ein, ja, du bist jetzt Dortmunder, aber verrate uns mal, als einer der Beteiligten von damals, was braucht es denn, um so ein Wunder zu schaffen? Ja, ich kann mich erinnern an das Spiel damals. Ich habe danach mit Sven gesprochen. Ach was. Ich habe dann kurz nach dem Spiel mit Sven gesprochen und habe dann gesagt, nach 60 Minuten haben wir da angefangen, ernst zu machen und dann hatte Leverkusen keine Chance mehr. Das war die Einwechslung von Leverkusen. Genau, da wird Michael Ballack noch eingewechselt, glaube ich, dann 3 zu 0. Aber da gehört viel dazu, so ein bisschen Gespür. Ich weiß, glaube ich, bis zur 60. Minute, wir hatten wirklich keine Chance. Wir wussten nicht, wo oben und unten ist. Und dann machen wir relativ schnell durch zwei Standards das 3 zu 2, das Stadion fängt an zu beben. Man glaubt dann irgendwo dann auch selber plötzlich daran und dann entwickelt sich sowas. Dann genießt man einfach, man kann immer noch einen Schritt mehr laufen, dann wächst über sich hinaus. Und so entsteht dann ein Pokalwunder. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt sich Dynamo ja vor, 3 zu 0 in den Rückstand zu gehen und dann das Spiel zu drehen. Wobei, Sven, vielleicht ist es ganz gut, je länger es 0 zu 0 steht, desto besser für Dynamo. Denn, selbst wenn es ein Elfmeterschießen geben sollte, ein Elfmeterkiller, den haben wir hier in Dresden. Ja, mit Patrick Wiegers, aber auch mit Benni Kirsten nicht zu vergessen, weil ich erinnere mal an die Zweitligasaison, als er 5 von 7 Elfmetern gehalten hat. Und sowas gerät oft schnell in Vergessenheit. Aber was der Patrick zurzeit liefert, ist spitze. Wenn man noch bedenkt, dass er ja eigentlich aus dem Arbeitslosenstand zu Dynamo gekommen ist, wobei der Verein auch im Sommer schon an ihm dran war, sich dann aber anders entschieden hatte. Das ist eine riesige Entwicklung, die der Junge gemacht hat. Und ich bin froh, dass er zumindest mir gegenüber heute im Gespräch gesagt hat, ja, also Dynamo ist meine erste Option für Vertragsgespräche und dann schauen wir mal weiter. David, wie wirst du das Spiel nächsten Dienstag schauen? Auf der Couch, schön mit Chips, vorm Fernsehen oder wie genießt du das? Zwei Tüten Chips, nein. Zwei Tüten Chips, okay. Erstmal wäre ich natürlich gerne hier, aber ich habe an dem Dienstag zweimal Training. Und klar, ich würde zu Hause sitzen auf der Couch. Mein Sohn, der jetzt vier, zwei Monate ist und er freut sich immer, wenn Fußball im Fernsehen ist, der wird dann neben mir sitzen oder wahrscheinlich nur rumlaufen. Und so werde ich das Spiel dann genießen und auch ein Stück traurig sein, dass ich nicht dabei sein kann. Ganz klar. Wen du da die Daumen drückst, das frage ich dich jetzt lieber nicht. Ralf, verrat mir noch, auf Dresden und Dynamo schaut, wie gesagt, am kommenden Dienstag, ja, ganz Fußball-Deutschland. Was versprecht ihr euch über das Sportliche hinaus für das ganze Image des Vereins? Was soll von diesem Fußballabend ausgehen? Ja, ich glaube, wir haben zwei Fußballfeste im Pokal dieses Jahr erlebt, die seinesgleichen suchen, wo wir auch Maßstäbe gesetzt haben. Das kann man nicht nur auf das Sportliche beschränken, auch auf die emotionale Unterstützung. Ich sage mal, selbst die Schalker haben gesagt, dass sie so etwas eigentlich in dem Sinne noch nicht erlebt haben, wie ein Publikum so emotional sein kann, eine Mannschaft tragen kann. Und darüber hinaus war es auch eine super friedliche Atmosphäre. Also das sind die drei Botschaften, die wir als Verein dort nochmal deutlich manifestieren können. Andreas Zabau, Zeit für die sozialen Netzwerke, Zeit für die Fragen unserer Zuseher. Ja, das Thema Pokalspiel und vor allem die Tickets haben unsere Online-Freunde bei Facebook und Twitter sehr bewegt. Da die Frage an den Herrn Minge, kann man in Sachen Ticketverkauf was ändern in Zukunft? Vielleicht bei der nächsten Mitgliederversammlung zum Beispiel, dass man sagt, jedes Mitglied hat eine Garantie auf eine Karte, aber dann nur eine Karte zum Beispiel als Vorschlag. Das hat Marco Trautmann gefragt. Also ich musste mich ja auch erstmal an diese Regularien reindenken. Fakt ist eins, in Schritt eins, was ich auch als absolut legitim betrachte, dass die Jahreskarteninhaber die Chance haben, ihre Karte zu tauschen. Als zweites dann die Mitglieder, wo satzungsgemäß jeder Anspruch auf zwei Karten hat. Und jetzt sind wir nicht bei Mathematik, sondern bei Rechnen. Dass so eine Nummer letztendlich schon mal gar nicht aufgehen kann. Und das ist sicherlich ein Ansatz, wo wir sagen, okay, das muss dann aber aus der Mitgliedschaft herauskommen. Dass man sagt, man hätte das umgehen können, indem jedes Mitglied eine Karte bekommt. Auch diese Satzung resultiert ja, glaube ich, auch noch aus einer Zeit, wo wir 3.000, 4.000 Mitglieder hatten. Also dort muss man nochmal nachdenken. Es ist, wie gesagt, mir tut das um jeden leid. Und ich habe auch sehr viele Anrufe bekommen, die krampfhaft versucht haben, sich dort bei Ethics einzubillen und keinen Schritt vorangekommen sind. Das ist bedauerlich, ja. Abschließend eine Frage von Richard Köhl an David Zolger. Ja, die Gretchenfrage. Wie schlägt man denn den BVB? Das verrate ich natürlich jetzt nicht. Ich kann auch sagen, wir haben mal mit der U23 gegen den BVB gewonnen. Das ist also möglich. Natürlich haben die Voraussetzungen sich geändert wie vor zwei Monaten. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Wer weiß, durch Standard oder einen ersten 0-3-Rückstand. Oder es schneit noch. Oder es schneit noch. Aber Dortmund hat damals auch im Schnee gewonnen, in Kiesel, glaube ich. Du hast ja vielleicht noch ein Abkommen mit Petrus. Ralf, du musst gleich weg, aber ich will dir noch eine Frage stellen. Denn vier Tage nach Dortmund gibt es dann Groß Asbach. Die Fans planen eine riesige Aktion, wollen das Stadion vollbekommen mit 30.000 Zuschauern. Groß Asbach macht das Stadion voll. Vielleicht kannst du zu der Sache auch noch zwei, drei Sätze sagen. Ja, wenn ich das jetzt nochmal reflektiere, was dort in Groß Asbach los war, das war eigentlich einfach nur gigantisch. Also, das war schwarz-gelbes Meer. Das ist ja dann auch nochmal so das Stadion, was wir noch nicht bespielt haben, ist ja nochmal so ein besonderer Reiz. Dort war eine unglaubliche Atmosphäre, wo auch sicherlich Groß Asbach als Verein und auch die handelnden Personen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ich glaube, dort ist auch die Idee ein kleines bisschen geboren worden. Mensch, die 20, die aus Groß Asbach mitkommen, die nehmen wir mit in den K-Blocken. Wir gucken mal, dass wir die Hute voll kriegen. Mir persönlich tut es natürlich jetzt leid, dass wir die Voraussetzungen, die das Ganze vielleicht erleichtert hätten, nämlich erfolgreiche Spiele, so nicht dazu beitragen können. Aber finde ich eine von vielen genialen Ideen unserer Fans. Vor dir liegt viel Arbeit, deshalb musst du uns jetzt leider verlassen. Vertragsgespräche, du hast es angerissen. Dann natürlich der Pokalkracher, Dienstag in einer Woche gegen Borussia Dortmund. War trotzdem sehr, sehr schön, dass du dir für heute Zeit genommen hast für 1953, der Dresdner Fußballtag. Vielen Dank für deinen Besuch. 1953, der Dresdner Fußballtag. Micky Stavage hat für beide schwarz-gelbe Vereine gespielt, für Dynamo Dresden und auch für Borussia Dortmund. Wir hatten schon ein bisschen eher mit dir gerechnet, Micky. Was war los? Was für eine Odyssee? Von München nach Dresden zu kommen, es dauert so gefühlt vielleicht eine Stunde bei dir, einen ganzen Tag. Waren die Stewardessen so schön? Wenn meine Erzählung jetzt so lange dauern wird, wie ich gewartet habe im Flugzeug, dann haben wir nicht genug Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit. Also komm, war schwierig. Ich weiß immer noch nicht, aus welchem Grund wir so lange gewartet haben, aber Fakt ist, dass wir drei Stunden im Flugzeug waren, ohne dass die Stewardessen schön waren. Und wie gesagt, ich habe mich gefreut, von Anfang an da zu sein, aber leider ist so gelaufen. Es ist wunderschön, dass du doch noch gekommen bist und dass wir dich hier in Dresden begrüßen können. In der Stadt, wo du von 1992 bis 1994 gespielt hast. Wenn du jetzt an Dresden denkst, wenn du durch die Stadt fährst, jetzt vom Flughafen hierher in den Schüllergarten, was schießt dir da durch den Kopf? Ja, das ist nicht irgendein Verein. Das ist auch nicht eine von vielen Städten, wo ich war. Das habe ich einen besonderen Bezug zu Dresden, aus verschiedenen Gründen. Privat ist mein Sohn da geboren, 1994. Und das sind die Sachen, die man nicht vergessen kann. Und erster Trainer war Klaus Sammer. Mit seinem Sohn bin ich sehr gut befreundet. Und das, was private betrifft, was sportliche betrifft, das ist mein erster Verein in Deutschland. Und ich glaube, ich war sogar der erste ausländische Spieler bei Dresden. Und das sind viele Komponenten, die man für immer behält in seiner Erinnerung. Sven, wenn du an Miki Stavitsch denkst, an ihn als Spieler, was schießt dir da durch den Kopf? Dann schießen mir vor allen Dingen große Erfolge durch den Kopf, weil Miki hier mit dazu beigetragen hat, in einer Zeit Bundesliga-Fußball in Dresden zu erhalten, wo das gar nicht so selbstverständlich war, wie es vielleicht viele angesehen haben. Miki war einer, der immer alles gegeben hat, deswegen auch ein Publikumsliebling. Und wie gesagt, das sind tolle Erinnerungen. Ich glaube, sogar in der Vereinsgeschichte spielt diese Zeit sogar eine untergeordnete Rolle oder wird nicht ganz so gewürdigt. Wir wissen ja jetzt, wie schwer es ist, diese Bundesliga zu erreichen. Nämlich seit 1995 versucht Dynamo vergeblich. Und deswegen muss man im Nachhinein diese Zeit sogar nochmal besonders würdigen. Und Miki hat da eine herausragende Rolle gespielt, keine Frage. Ich würde nicht sagen, dass der Klassenerhalt 1994 in dieser Saison, als euch vier Punkte abgezogen wurden, fast so wertvoll wie ein Titelgewinn? Ich würde nicht sagen, dass uns drei oder vier Punkte gefehlt hat für den UEFA-Pokal und diese vier Punkte. Und wie Sie vorher gesagt haben, kann ich mich anschließen. Dadurch, dass Dynamo eine unglaubliche Geschichte hat und für mich mit Halbstand Nummer eins in Ost-Ost-Fußball ist, geht diese Zeit aus der Bundesliga verloren. Das war eine richtig gute Truppe mit sehr vielen guten Spielern, die auch eine gute Karriere gemacht haben. Wenn ich sage jetzt, ein Welttorwart, Tschechese oder vor ihm auch ein Torwart. Hinten dem Tor habe ich Bälle gehalten. Ich weiß in Belgrad, wo der, der damals gegen Jugoslawien gespielt hat. Der war später mein Kapitän, ein vorbildlicher Mensch. Und Uwe Jönig ist zum HSV gegangen, Sven Kmiersk zum HSV. Und jetzt, dass ich jetzt nicht weitergehe, das sind Peter Nowak, Olaf Marschal. Das war eine super Truppe mit guten Trainern. Ich habe auch Glück gehabt, gute Trainer zu haben, gute Menschen zu haben, wie Klaus, Samer, Ralf Minge, Sigi Held. Das waren alle gute Menschen und gute Trainer. Und wir haben diese Mentalität gehabt, die dieser Verein immer geprägt hat. Weil wenn du Dortmund oder andere Vereine, Bayern München, aus dem Pokal rauswirfst, mit hohen Ergebnissen, dann ist kein Zufall. Dann ist das schon ein bisschen mehr dahinten. Jetzt ist es ja so, du hast nach deiner Station in Dresden in München gespielt für die Löwen und dann für Borussia Dortmund. Mit Dortmund bist du Meister geworden 2002. Am kommenden Dienstag spielen beide Vereine gegeneinander. David habe ich nicht gefragt, aber dich frage ich, für wen schlägt denn dein Herz in acht Tagen? Ich gebe immer ehrliche Antworten. Was fußballerisch betrifft, ist es auch eine schwere Antwort zu geben, weil das ist mein erster Verein. Borussia Dortmund ist der Verein, wo ich, wenn ich nochmal geboren werde, würde ich wünschen, bei diesem Verein zu spielen. Und das ist ein bisschen schwer. Aber wenn man über Sport spricht, ich glaube, für mich mehr als Dortmund gibt es nicht in der Bundesliga. Und Borussia Dortmund, wir haben schon so ein bisschen das Spiel angerissen. Scheint sich ja jetzt so peu à peu wieder gefestigt zu haben in der Bundesliga. Zumindest zuletzt gab es drei Sieger. Ich freue mich sehr, dass die jetzt eigenen Rhythmus gefunden haben. Aber das ist auch alles, was passiert ist, ist auch ein normaler Ablauf. Wenn man so viele Verletzte hat, wenn man so viele Nationalspieler hat und wenn man verliert, nicht sehr gute, sondern wertvolle Spieler, dann braucht man auch Zeit, alle diese Komponenten wieder zusammenzubringen, dass das wieder funktioniert, wie es funktioniert hat. Weil da braucht man ein bisschen längere Zeit, um zu erklären, weshalb es so gelaufen ist, wie gelaufen ist. Aber was zählt, ist das, dass sie sich gefunden haben. Und wir werden alle Daumen drücken, dass sie gegen Juventus-Torin ein gutes Spiel machen. Und das wird sehr gut Borussia Dortmund tun und auch der deutschen Fußball-Akturmein. Davon gehe ich fest aus. Wie verfolgst du das Fußballgeschehen hier in Dresden? Mit einem Auge. Aber mit dem scharfsehenden Auge. Wegen meiner Verbundenheit, weil es immer schwer und unangenehm zu sprechen, über Sachen, wo man nicht direkt involviert ist. Und ich verfolge natürlich jeden Verein, wo ich gespielt habe, in Dresden, in dem Fall besonders, weil es mir auch ein bisschen wehtut, was alles in letzter Zeit passiert ist. Weil diese Stadt, diese Fans haben verdient eine erste Liga, insbesondere mit diesem Stadion. Ich habe nie Glück gehabt, in so einem Stadion in Dresden zu spielen. Aber das damalige Stadion war trotz alles immer voll. Und wenige Vereine in der Bundesliga können sich damit schmücken, dass die Fans sie unterstützen bei einem Rückstand von 0-2. Und einige davon sind die Borussia Dortmund und Dynamo Dresden. Du hast deine Zeit hier in Dresden erwähnt. Du hast unter Sigi Held trainiert hier in Dresden. Er war damals dein Coach. Sigi Held galt ja als, ich sage mal, der große Schweiger. Er hat auch in Interviews jetzt nicht geplaudert gerne. Wie lange waren denn die Halbzeitansprachen oder die Teamansprachen unter Sigi Held? Ich treffe ihn oft, wenn ich bei Dortmund spiele. Und ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen, weil er ein wirklich guter Mensch und ein guter Trainer war. Die Absprache von dem Spiel war für mich damals überraschend, weil der erste Trainer auch bis Ende meiner Karriere war, der Aufstellung und alles auf einem Stuhl so vorgelesen hat. Er hat eine ihm bekannte, lockere Stimmung. Und wie gesagt, das werde ich nie vergessen. Und ich glaube, Sigi Held ist ein großartiger Spieler und ist als Typ auch authentisch. Und das sollte auch so bleiben in der Bundesliga, dass wir mehr authentische Leute brauchen und nicht immer so serienmäßige Produkte. David, das Sigi Held ist in Dortmund eine Institution. Er ist ja Fanbetreuer bei Borussia Dortmund, ein ganz wichtiger Spieler, hat einen maßgeblichen Anteil hier am Klassenhalt in Dresden. Einen maßgeblichen Anteil als Spieler, dass Borussia Dortmund damals den Europapokal der Pokalsieger geholt hat. Also der hat schon einen klangvollen Namen, oder? Ja klar, in Dortmund kennt man den Namen. Selbstverständlich muss ich sagen, 1966 war ich natürlich noch nicht geboren. Ach was. Aber sein Name fällt dort immer, auch wenn man dann mit etwas Älteren spricht. Sven, ich habe so das Gefühl, weil wir natürlich über das Spiel sprechen, Dortmund hier in Dresden, dass aber Dortmunder Trainer in Dresden ganz gut funktionieren. Wir haben Sigi Held angesprochen, es gab ja dann noch einen weiteren, der dann David trainiert hat. Ralf Lohse hat auch ganz gut funktioniert in Dresden. Ja, das ist ein Phänomen, aber vielleicht ist das sogar irgendwie erklärbar. Mit der Farbkombination? Zuallererst, logisch, das muss passen. Aber nein, was ich eigentlich sagen wollte, es passt vielleicht von der Mentalität. Ein ruhiger, ausgeruhter Trainer tut einem, ich sage mal, doch sehr emotionalen, in Teilen auch aufgeregten und hypernervösen Verein vielleicht gut. Und das war bei Sigi Held so, der sich selber nie irgendwie zu wichtig genommen hat. Das war auch bei Ralf Lohse so, der da einfach sich nicht davon hat abschrecken lassen, dass die erste Schlagzeile oder eine der ersten Schlagzeilen in Dresden war, noch bevor er das erste Spiel hatte, zum Siegen verdammt. Der hat einfach sein Ding gemacht und das drumherum ausgeblendet und genau das, glaube ich, war ein wichtiger Punkt, dass es damals 2011 tatsächlich noch klappen konnte mit dem Aufstieg, weil die Situation war ja eigentlich nach damals drei Niederlagen auch nicht berauschend. Das stimmt sicherlich. Micky, jetzt nochmal über das Pokalspiel wollen wir nochmal kurz sprechen. Wie siehst du denn die Chancen? Die Favoritenrollen sind klar verteilt für den kommenden Dienstag. Wie siehst du die Aussichten? Dynamo hat bislang zwei Reviervereine rausgekegelt mit Schalke 04 und dem VfL Bochum. Dortmund ist mit aufsteigender Form behaftet. Wie siehst du die Aussichten für das kommende Spiel am Dienstag in acht Tagen? Wenn ich sage jetzt, dass das Pokal eigene Regeln hat, werde ich keine Schlau. Man muss sie werfen einfach jetzt. Da müssen wir uns überhaupt noch was einfallen lassen, wie wir das dann regeln mit den Fußballphrasen. Die Ergebnisse, die Dresden gemacht hat, sprechen für sich. Weil wenn eine Mannschaft schafft, Schalke 04 rauszuwerfen aus dem Pokal, spricht für Qualität und Tagesform und auch Zuschauerstimmung. Sicherlich ist von diesen Gegnern Borussia Dortmund, insbesondere jetzt in letzter Verfassung, die beste Mannschaft. Oder danach Bayern, die beste Mannschaft, die man bekommen kann. Eine ist sicher, das wird ein sehr gutes Spiel, ein sehr schönes Spiel. In einer Stimmung, wo Farben sehr ähnlich sind, das wird dekorativ noch schöner. Es gibt keine Regeln. Auf einen guten Tag, man kann schon Überraschungen machen. Aber dann muss Borussia Dortmund einen schlechteren Tag erwischen. Wo wirst du das Spiel verfolgen? Ich überlege jetzt, live zu kommen. Das wäre ja was. Also ich glaube, für diesen besonderen Tag hierher zu kommen, ich denke mal, irgendwo wird. Wobei das mit den Tickets nicht ganz einfach ist. Eine wird sie immer finden, dann kriege ich von Dortmund eine. Ja, möglicherweise. Du hast das Spiel angesprochen in acht Tagen und hast auch die Situation bei Borussia Dortmund angesprochen. War es für Borussia Dortmund wichtig, dort Kontinuität zu bewahren? Zum Beispiel wurde ja Jürgen Klopp nie in Frage gestellt. Ja, das fand ich klasse. Das habe ich heute auch, wo ich Gast bei Sendungen war, betont. Das ist auch nicht gewöhnlich, in heutiger Zeit bei den Vereinen auch so zu reagieren. Das spricht auch dafür, dass dieser Erfolg, der geschafft ist, bei Borussia Dortmund nicht Zufall ist, sondern Produkt von vielen fachlich ausgestatteten Personen. Und die haben auch in diesen schwierigen Zeiten, wo jede andere Entscheidung getroffen hat, zusammengehalten. Und ich glaube, oder man kann sehen jetzt, dass sie auch durch diese Philosophie aus der Krise kommen. Und dann sind die auch für jede Überraschung oder Erfolg gut. David, du bist seit knapp zwei Jahren, seit anderthalb Jahren nicht mehr in Dresden. Dein Abschied 2013, der war ja nicht ganz freiwillig damals, oder? Also du hast ein großes Herz für Dresden gehabt, du hast dich hier richtig wohl gefühlt, aber war so richtig... Ja, das stimmt. In den vier Jahren, wo ich hier war, habe ich Dresden sehr schätzen gelernt. Und ich wäre auch damals sehr gerne geblieben. Aber dann haben sich die Umstände durch den Trainer Packholt und den Manager Menze, wie es damals war, halt nicht ergeben. Und dann hatte ich die Chance, in meine Heimatstadt zurückzugehen und auch zu meinem Verein zurückzugehen, wo ich lange Jahre war. Und dann habe ich den Schritt dann wahrgenommen. Damals habe ich gesagt, ich wäre gerne geblieben. Das stimmt auch. Und jetzt bin ich aber auch wieder froh, daheim zu sein. Klar, zu Hause ist es mit am schönsten. Vorletzter Spieltag. Dortmund gegen Dynamo. Das ist dann für dich sicherlich auch nochmal ein besonderes Spiel. Überhaupt eure Situation, ihr steckt tiefer im Abstiegskampf. Wie siehst du da die Konstellation für die U23? Von der Qualität her und von den Einzelspielern sind wir schon gut für die dritte Liga. Die Jungs sind jung und wir machen relativ einfache Fehler und verlieren dann auch mal so Spiele, die wir nicht hätten verlieren müssen. Ich glaube, dass wir in der Liga bleiben. Das haben wir letztes Jahr geschafft und werden wir auch dieses Jahr schaffen. Und ich weiß auch, dass es dem Verein sehr wichtig ist. Jetzt nicht so wie in Leverkusen oder Frankfurt, wo zweite Mannschaften abgemeldet worden sind. Deshalb wird der Verein auch alles dafür tun, dass wir in der Liga bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass es dann am vorletzten Spieltag sportlich für beide Vereine noch um was geht. Und wir werden es dann vielleicht im Signal Iduna Park sehen. Micky, du warst von 2009 bis 2011 Sportdirektor, Sportchef bei den Münchner Löwen. Du hast danach gesagt, naja, die Trennung hat mir schon schwer wehgetan. Aktuell bist du viel in der Fußballwelt unterwegs. Letzte Woche haben wir telefoniert. Du hast gesagt, du wüsst mich gerade in Montenegro. Was machst du aktuell konkret? Ich war vorher bei Juventus gegen Nassimailand. Weil ich den Sportdirektor gut kenne. Ich wollte auch ein bisschen verdorben und ein bisschen anschauen. Man muss sich auf den Stand halten. Und wie gesagt, man muss schauen, Fußball im Fernsehen oder live ist ein großer Unterschied. Du musst live dabei sein, musst dich austauschen mit den Menschen. Viele meiner Kollegen sind jetzt auf Schlüsselposition in europäischem Fußball, insbesondere in der Bundesliga. Und man muss diesen Kontakt behalten für die neue Aufgabe. Und man weiß nie, was danach kommt. Ich habe 2007 auch damals in Köln als letzte Jahr 100 Generation genannt. Damals, weil die viele ehemalige Fußballer waren, habe ich Trainerlizenz erworben. Und ich muss vorbereitet sein. Und was kommt, erscheint nicht unbedingt ich, sondern jemand, der über mich ist. Aber trotzdem, wo soll die Reise hingehen? Was ist so deine Zielstellung? Sportdirektor, Trainer, Ausland, Deutschland? Was schwebt dir so vor? Ich bin in Deutschland zu Hause. Das ist meine zweite Heimat, geschäftlich erste Heimat. Weil ich bin seit 22. Lebensjahr in Deutschland, obwohl ich mit extremen Dialekten spreche. Aber trotzdem, da soll die Reise auch hingehen. Und da habe ich gute Kontakte und man wird sehen, demnächst, wo die Reise führt. Freut uns sehr, dass du da bist. Andreas Zawo, Fragen aus den sozialen Netzwerken. Genau, und die richten sich an David Zollberg. Da haben wir von Tom eine Frage bekommen über Facebook. Und der fragt einfach ganz direkt, wir hatten auch gerade ein kurzes Thema. Besteht die Möglichkeit, dass du zu Dynamo zurückkehrst im Donal? Ja gut, jetzt bin ich 32 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr noch 33 Jahre. Mein Vertrag läuft noch ein Jahr. Wer weiß, im Fußball ist alles möglich. Aber sehr groß und hoch sind die Chancen gar nicht. Okay, und abschließend noch eine Frage, vielleicht mit dem Augenzwinkern von Thomas Unger per Facebook. Was glaubst du, wie Dortmund das Ausscheiden in Dresden verkraften wird? Ja, vielleicht nehmen sie eine Kiste Feldschlösschen mit dann. Gut, ich glaube, damit beschäftigt sich dann jetzt so gerade niemand mit dem Dortmund. Mal sehen. Ich glaube, das wird ein herausragender Abend in acht Tagen. Halbwesten will dabei sein. Meine Herren, vielleicht zum Schluss ein Tipp für das Spiel Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund. Wie geht es aus? Was kommt da auf uns zu? Gut, im Pokal ist alles möglich, das hat jeder gesagt. Ich glaube, der BVB wird 3 zu 1 gewinnen. Allein, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass sie gegen Drittligisten immer gut vorbereitet waren und auch sehr souverän aufgetreten sind. Das scheint ja sowieso so zu sein. Ich habe ja beschränkte Erfahrungen. Ihr hattet früher so ein bisschen das Flatmark, dass ihr gerne mal im Pokal ausgestiegen seid. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das scheint Klopp seinen Jungs so abgewöhnt zu haben, oder? Wir haben schlechte Erfahrungen, auch Weltmeister-Generationen, die haben schlechte Erfahrungen gehabt. Aber jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich auch, dass der Wert vom Pokal auch viele jetzt bewusst sind. Dass man auch, wenn man nicht schafft, über die Liga, dass man auch über Pokal europäisch spielen kann. Und dass man in weniger Spielzeit viel erreichen kann. So wird das auch hier sein. Ich glaube, das sollte ein Spiel sein, wo jeder Dresden-Fan in Erinnerung behält, so wie wir damals unsere Spiele hatten. Sehr merkwürdige und interessante Spiele. Leider sind wir im Halbfinale gegen Bremen ausgeschieden. Aber das sollte ein schönes Spiel sein. Ich glaube, das muss viel bei Dresden passen, dass sie eine Überraschung machen. Also, wenn du mich fragst, ich tippe sehr ungern. Aber da ich mir ein Fußballfest wünsche, kann man davon ja nicht genug bekommen. Jetzt sage ich einfach mal, ich wünsche mir eine Verlängerung. Und die gewinnt Dynamo 3-2. Und eigentlich wollte ich sagen, damit sich Dortmund auf die Bundesliga konzentrieren kann. Aber Micky hat mir gerade das Stichwort gegeben, weshalb bei Dortmund spielen einfach zu viele Weltmeister. Ja, möglicherweise Weltmeister, die es nicht so wirklich geworden sind. Der Einzige ist ja Mats Hummels. Meine Herren, vielen, vielen Dank für die wunderschöne Runde. Vielen Dank an David Zerger, Micky Stavitsch, Sven Geisler. Ich möchte auch ein Dankeschön an unsere Partner aussprechen, den Schüllergarten hier. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt an Starlight, unsere Produzenten. Natürlich an Dynamo Dresden, an Radio Dresden und an Dynamo TV. Das war die Premieren-Sendung von 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Sie waren ein tolles Publikum. Vielen Dank dafür. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und ich denke, es gibt eine zweite Sendung. Am 30. März hier aus dem Schüllergarten in Dresden. Dann wollen wir natürlich schon im Vorfeld so ein bisschen über das Sachsen-Derby. Dynamo gegen Chemnitz, was dann seine Schatten vorauswirft, sprechen. Das wird ein Thema sein. 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Und auf die Premieren-Sendung wollen wir jetzt zum Abschluss natürlich auch nochmal anstoßen. Mit einem Feldschlösschen. Und deshalb sage ich Prost, meine Herren. Und vielen Dank.